Mein Name ist Frederik Pleitgen von CNN in Deutschland. Im Dezember treffen sich die Mächtigen dieser Welt in Kopenhagen, um über Wege aus dem Klimawandel zu beraten. Auch unsere Becky Anderson wird dabei sein. Sie wird eine Diskussion leiten mit Politikern, Prominenten und Aktivisten. Dabei können auch Sie mitmachen. Schicken Sie uns Ihre Fragen und Anregungen an youtube.com. Was wird sich verändern, was muss sich verändern, um den Klimawandel noch aufhalten zu können? Engagieren Sie sich, seien Sie dabei bei der CNN YouTube Debatte zum Klimawandel.